So, warte, warte, mein Name. Ich versuch derweil mit der Hand drauf zu kloppen. Ich hab voll den Plan. Damit ich wenigstens etwas Produktives mache. Ah, wir sind da oben. Ja, das wäre jetzt unnötig. Das war jetzt echt Fail. Panda-Aufnahme. Tschüss. Ich wollte schon Triss schreiben und der ist schon weg. Hallo YouTube-Panda. Ja. Hallo YouTube, das war Panda. Kennt ja auch keinen aus der Anlias oder so. Oh Gott ey, das kannst du doch nicht bringen. Ey! Was denn? Sieht voll geil aus hier oben. Er erinnert mich an die Dschungelfolge. Aber leider hab ich den Dschungelfolge ja nicht mehr. Was wirst du denn hier oben drauf bauen? Das ist ja krank. Warte, ich mal ganz kurz den Mappen muss leiser. Das ist ja ekelhaft. Gut. Ey, den Baum hätte ich gern zum Lease abfarmen. Also hier müssen wir schon, also einiges müssen wir hier abfarmen. Weil ich hab mir nämlich so gedacht, dass ich hier, komm mal zurück. Ähm, ja. Ja. Bist du eigentlich reich gelaufen um so einen Scheißbaum zu finden? Hm? Bist du eigentlich reich gelaufen um so einen Scheißbaum zu finden? Ja. Komm her. Ja. Mhm. Das ist mir jetzt eine berechtigte Frage. Nee, nee. Das war eigentlich ein Zufall. Ich hab die Welt gemacht und bin wirklich in Singleplayer gegangen und plötzlich stand dann am Sporn dieses Teil. Und ich dann. Yay! Gib mir mal bitte die Axt. Nein. Ach, schade. Ja. Also guck mal hier. Ja. Ich hatte mir so gedacht, dass wir hier so eine Fläche raus kloppen. Mhm. Und dann einfach hier so eine Wohnung reinmachen. Also ich wollte eigentlich hier so eine, also ich wollte das hier ein bisschen ebnen. Ich wollte zum Beispiel hier so, warte. Hier kann man voll den Flur reinmachen, hier wo ich gerade bin. Guck mal. Naja, das hab ich auch schon gerade gesehen. So so einer kleinen. Äh. Ich wollte das hier auf diese Ebene, wollte ich so ein, so ein kleines Feld machen und wollte dann in alle möglichen Richtungen dann so bestimmte Räume machen und hier in der Mitte ist dann halt so ein, so ein Hauptplatz oder so hab ich mir das gedacht. Okay. Ich mach mal eine Axt oder sowas, ne? Ja. Ich mach mal ganz kurze Ideen. Und ich mach mal einen Chess, die stell ich mal hier hin. Gute Idee. Nimm mal hier den Ofen und die Crafting Manage. Ich hab schon eine Crafting Manage gemacht. Oh, okay. Das ganze Wood, was ich hier habe, ist so ein Plank zu arbeiten. Boah. Für alle Leute, die gesagt haben, boah wie episch, die ist auch überhaupt aussieht. Die sind jetzt ganz, ganz stolz. Nein. Weil sie jetzt ihn ganz, ganz nah sehen. Ich hab ja jetzt die Du hier rein. Aber der Huge Trees Mod, der ist auch jetzt nicht mehr in meiner Minecraft Jar, weil... Ich hab hier schon eine Tickets drauf gebrochen. Ja, weil einmal kreieren reicht ja also. Weil normalerweise... Also ich hab nämlich gesehen, man kann nämlich damit dann auch zum Beispiel riesengroße Diamantenbäume mit einem Diamantblock machen. Also ich hab ja zu viel einer guten Ex... Äh... First Position Set. Oh, du bist auch so dämlich, ne? Wieso? Damit kann man trotzdem abbauen, was geht. Ja, und zwar in ganz, ganz großen Mengen. Ja, also wenn ich... Äh, äh... Na, da kann man noch nicht mehr was abbauen. Ähm, ja. Ähm, magst du einmal für Cobblestone runtergehen, dann... Ja, der letzte Verschwendholz. Togera. Ja, schnell schnell. Das ist voll cool, wenn man hier so runterslidet, kann man sein Inventar aufräumen in der Zeit. Weil hier draußen sind voll die Mobs unterwegs. Alter! Weil du abgebaut hast damit jetzt nicht wirklich was, soweit ich das jetzt sehe. Ja, ich... Ne, weil man damit eher nix... Irgendwie nix abbauen kann. Drei... Dann ist so ein Berg. Ich, äh... Kannste ja gucken. Ich renne jetzt einfach hin und... Kloppe da drinnen rum und so. Ja, man kann echt nix mit abbauen. Äh... Toll. Sehr toll. Äh... Fail. Ähm... Ey, dann ist noch so ein großer Baum. Lol. Okay, Niklas, also Cobblestone ist jetzt übel dringend. Ja, ey, ich... Ey, dann ist noch so ein großer Baum. Ich glaube, ich komme mal runter und helfe hier beim Cobblestone, damit ich hier nicht rumlaufe und die ganze Zeit irgendeinen Scheiß mache. Lol, ab hier wird's irgendwie heller, hab ich so das wieder fallen. Erschlag mich. Hallo, Keeper. Den ich jetzt ganz, ganz schnell umringe. Genauso wie den hier. Weil ich mir nicht die Landschaft zerfetzen will. Ich glaube, hier ein Cave-Eingang oder sowas finde. Ey, da hinten ist noch so ein großer Baum, wie geil ist das denn bitte? Also ich wollte übrigens bis 19 Uhr aufnehmen. Wir haben 18 Uhr 44. Okay. Weil dann habe ich nämlich genau eine halbe Stunde und dann kann ich mir daraus drei Folgen machen. Oder zwei. Ja, oder zwei. Okay, ich habe jetzt sechs Cobbl, das reicht mir. Ach, wie gern ich jetzt Flymap benutzen würde, aber nein. Beherrsch dich. Warte mal kurz. Wuuup, wuuup. I mean. Das war gerade jemand aus der Familie. Das war gerade etwas wichtiger. Ein toter Vater. Das war übrigens im heutigen Vorfall. Ja, da gibt es jemand anderen, der einen toten Vater hat, aber da wollen wir nicht drüber reden. Denn über sowas macht man keine Scherze. Ey, das war jetzt noch nicht, jetzt wird es gemeint. Ja, ja, ich meine, das war ja auch nicht, ich habe ja auch nicht darauf bezogen, dass... Weil sonst schreibt man mir noch die Kommentare voll, ööö, was redet ihr über sowas? Das geht mir nur ums Prinzip. Oh, fuck. Ich mach mal so, ööö, ich hab ein Stück reucht. Äh, ne, ich klop noch ein bisschen weiter. Na ja, mach du mal ein bisschen unten. Ich glaub, hier in so einen Berg auf so eine Insel rein. Und! Treff auf eine Cave. Aber was könnten wir denn reden? Was ist denn gerade so... Ich hab mir eine Nachricht, ne? Batterie fast leer. Guten Tag. In der Aufnahme. Scheiß, Mac. Ich habe Iron gefunden. Das ist voll hip. Das ist voll hip. Hip, yo. Das ist voll, ähm... Wie soll ich sagen? Außer Tag. Freaky ist das voll. Voll freaky. Fünf. Uh. Eins, zwei, drei. Vier. 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 Ich bin in der Stockfin zum Cake. Hast du es eigentlich mitbekommen mit diesem Fußballspielen in Ägypten? Ja. Boah, das ist voll krass, ne? Also ich finde ja, dafür sollte man... Also wenn sowas vorfällt, sollte man eigentlich Fußball in Ägypten verbieten. Nö. Ja, guck mal. Weißt du, weißt du, die Love Parade wird direkt abgeschafft, weil da... Wie viele Leute sind da nochmal gestorben? Ich glaube, 20 oder so. Genau, 20. Weil es zu viele Leute da sind, weil die sich gegenseitig übertrampelt haben, könnte man sagen. Und in Ägypten haben sie sich, weil sie die Mannschaft nicht mögen, gegenseitig erstochen. Das ist genauso, als würden... Nein, 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 Felix. Da muss man genau hinhören. Okay. Das hat was mit der Politik und mit der Revolution zu tun. Auch. Ja, also nicht nur, sondern mit dieser Mannschaft. Von daher. Aber guck mal, also ich finde, das ist schon ein bisschen übertrieben, oder? Ja, aber keine Ahnung. Weißt du, was die Leute alles so aus politischen Zielen machen? Ich würde dafür morden, Bürgermeister von Kuwak zu sein. Ja. Das war jetzt ein Anspieler vom Let's Play von Gronkh. Ich finde einfach Wasser, Alter. Dann wirst du Bürgermeister. Wenn er das Drepone-Let's Play von Gronkh guckt, dann weiß, was ich meine. Mhm. Wenn nicht, tu das. Ich bin jetzt irgendwie bei Folge, ich glaube, 11 oder so. Du bist doch heute hinterher gekommen, ne? Ja, ich habe heute irgendwie 5 Folgen geguckt. Und ich muss mich jetzt noch alle reinziehen, weil ich die letzten Tage voll verpeilt habe. Ja, weil eigentlich gucke ich auch eigentlich nur Gronkh-Let's Play und halt Felix und ja. Hast du nicht weiter gesagt, du guckst mich nicht? Naja, ne, ich gucke deine Let's Plays, also dein normales Let's Play nicht. Also, weil ich finde, ja, keine Ahnung, ich kenne dich, ich weiß, was du machst. Nein, Spaß. Ja, was meinst du mit normales Let's Play? So, was wir jetzt gerade machen, empfinde ich als normales Let's Play. Ja, weil du es immer schon Wochen vorher siehst, deswegen guckst du es dir ja gar nicht an. Ja, eben. Also, das andere war ja schon was älter, das war ja noch von Weihnachten. Und das andere, ja, das andere, wo ich jetzt zum Beispiel mitmache, wie das hier, das würde ich mir jetzt natürlich auch angucken, weil ich mich dann von deiner Perspektive aussehe, weißt du, das ist schon... Ja, das kann ich mir denken. Ja, soll ich Lillipads mitbringen? Äh, ich habe 20. Ach ja, ich könnte noch mal meinen ganzen Shit hier in die Toto. Ich habe 16 Eisen und 23 Kohle und sehr viel Cobblestone. Und jetzt sag du noch mal, ich bin unproduktiv. Weißt du, was ich mache? Ich glaube, diese Holz-Axt, ne? Mhm. Die du gerade eben gemacht hast. Ich glaube, die dürfen nicht mit... Nein, die verbrenne ich nicht. Ich gehe irgendwann hin und tue dir eine Truhe hinter den Glaskasten und schreibe dann daran die unnötige Axt aus Folge 3, die Niklas gemacht hat. Mach das. Das mache ich dir zu Ehren. Hol dir den Schelf-Mod und stell dir dann in den Schelf. Nee, nee. Ich will eigentlich mich nicht so von... Ich will ja nicht so von Mods abhängig sein, so wie Laptor One. Der ist ja auch... Also für die Leute, die es kennen, der hat ja sein Minecraft wirklich förmlich zermoddet. Ja, den Beruf habe ich damals geprägt. Ja. Also ich finde es ein bisschen übertrieben, weil... Der kann... Der ist halt nie auf der neuesten Version, weil er immer warten muss, bis die Mods rauskommt. Ist halt auch ein bisschen scheiße. Ich mache mir uns beiden jetzt... Mach schon, ist die Lust. Okay. Okay. Okay.